Hallo Herr Karasek, Sie sind ja praktisch angezogen heute. Ja, ja, was soll ich machen, wenn es so kalt in Berlin ist? Da haben Sie recht, aber es ist ja auch ganz gut, da haben Sie auch noch Ihren Namen drauf. Ja, ja, das ist von einem Springer-Treffen auf Sylt, also das ist sozusagen Hausuniform. Falls Sie jemandem mal nicht erkennen wollen. Falls ich meinen Namen vergessen habe. Ach so, das ist sehr praktisch. Das sind solche neuen bedrohlichen Krankheiten. Da haben Sie recht. Auf wen freuen Sie sich heute Abend besonders? Ja, ich freue mich auf Mario Adorf und die Jonas. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß heute Abend. Dankeschön.